Der beliebteste Osterbrauch im Schleifer Kirschspiel ist das Ostereierverzieren. Ostereier, diese kleinen Kunstwerke, werden meist in gemütlicher Runde am Karfreitag im Familienkreis gefertigt. Die Kunstfertigkeit der vielen kleinen und großen Künstler können Sie auf dem jährlichen Ostereiermarkt in Schleife bestaunen. Um aus einem Hühnerei ein Osterei zu machen, werden verschiedene Techniken angewandt. Die wohl am häufigsten verwendete Technik ist die Wachstechnik. Bei der Wachstechnik werden hauptsächlich gekochte Hühnereier mit zugeschnittenen Federkielen verziert, die vorher in heißes Wachs eingetaucht werden. Die Schleifer Kantorki mit kirchlichen Osterliedern sind nur ein Höhepunkt des bunten Programmes, welches den Besuchern geboten wird. Entdecken und erleben Sie die ganze Vielfalt des Osterbrauches hier beim Ostereiermarkt im Sorbischen Kulturzentrum Schleife. Die Schleifer Kantor. Die Schleifer Kantor.